2, 1 Ja, läuft schon Okay Nicht im Ernst, Alter Was ist los, Alter? Kannst du mich abholen? Ja, wo? Da, wo wir die Aufnahme heute angefangen haben Das einzige Problem ist Du weißt nie, wie du da hinkommst Ich hab keine Karte Scheiße, Mann Ich hab keine Karte Okay, warte mal Wenn wir dieser Straße hier gefolgt sind Dann sind wir ungefähr hier, glaub ich Ich fahr mal weiter auf der Straße Weil, ähm Sonst kommt der Typ hinterher noch Ich hätte zweieinhalb Kilometer zu laufen Ja, das Problem ist Ich Ich hab kein Ziel, weil ich keine Karte hab Warte mal, hier vor mir steht der Traktor Dann fahr ich mit dem Traktor zu dir Ja Dann mach ich einen fetten Bogen ums Study Dann versuch du die Karte zu beschützen Dass da, wenn jemand da ist oder so Fahr mal weiter die Straße lang Und ich hör schon Schüsse Und da ist jetzt eine Abbiegung Ich nehm die Abbiegung nach rechts Also ich bleib auf der Straße, mein ich Ja Probier dann so einen kleinen Bogen Zu fahren und dann nach rechts Weißt du, wie ich meine? Mehr oder weniger Okay Scheiße, Mann Hubschrauber und Schüsse Fuck, Mann Und ich fahr gleich mit dem verfickten Traktor rum Ich bin jetzt bei Hier ist ne Stadt Rorka Wahrscheinlich Gorka Okay Markier ich mir Habe ich fünf Kilometer Fünf? Ja Mit nem Traktor Ja Kann ich dir irgendwie was Gutes tun Woanders hinfahren? Ich muss mal kurz abhauen hier Der Heli macht mir Sorgen Ich darf nur die Karre nicht kaputt machen Versuch mal da zu bleiben Ja, aber das ist langweilig Für die Aufnahme Hast du nen Kompass? Ähm, warte Ich muss grad navigieren Ja Du musst nördlich und minimal nach Osten Nördlich Und Minimal nach Osten Ja Hm Verfickter Zaun Dann mach ich das Offroad Jetzt fahr ich dann wahrscheinlich mit dem Traktor nach Starry oder was? Also Nord Norden Und Minimum nach Osten Also so Bist du sicher? Bist du aufroad auch so lahm? Ja Wohin treffen wir uns dann? Wo treffen wir uns dann? Ja, du fährst zum Airfield Ich hab eigentlich gedacht, dass ich aus ne ganz anderen Richtung komme Aber gut Ich vertraue dir aber Ja, willst du zu mir fahren oder was? Ja Dann musst du Ich will mich mit dir treffen Keine Ahnung Ich bin grad unterwegs Mist, jetzt muss ich durch den Wald hier Scheiße Sei froh, ich fahre durch ein freies Feld Ich höre Schüsse und Hubschrauber Ich würde auch viel lieber durch den Wald fahren Problem ist, ich will es nicht versauen mit der Karre Aber du wirst es versauen Ja, wenn ich durch den Wald fahre, wahrscheinlich Ich kenne mich ja Ich fahre jetzt nicht im Ernsthaft hier mit dem Traktor über die Felder Ich fühle mich wie im Landwirtschaftssimulator Landwirtschaftssimulator 2013 Exklusiv bei 2B Der hat ja Der hat ja ne gigantische Fangemeinde, ne? Echt? Ja Weil mit dem diese ganze Diese ganze Simulatoren-Scheiße hat mit dem Landwirtschaftssimulator angefangen Und da gibt's ne unglaublich riesige Community, die auch Mods hat Also hier mit echten Traktoren und so Aber wenn dann doch bestimmt so Anti-Fans, so Nein Aha, lustig Nein Richtig Ich fahre jetzt hier mal ne Stunde übers Feld und hab Spaß dabei Fans Großer Gott Ich meine, jeder der den Simulator-Müll kennt bei mir und Tulu Der weiß, die Spiele sind meistens nicht so toll Ja, der Landwirtschaftssimulator, der ist schon umfangreich Also Der auch von Astragon? Das weiß ich nicht Das weiß ich nicht Den gibt's ja sogar schon fürs iPad Für iPhone, Android Echt? Ja Der ist unheimlich populär Krass So Mein Freund Also ich hab vier langweilige Kilometer bis nach Gorka überhaupt Ja, ich überlege jetzt gerade wieder zurückzufahren Findest du wieder zurück? Ja, einfach die Richtung zurückfahren, wo ich hergekommen bin Und das mach ich jetzt auch Weil, ganz ehrlich Es ist zu riskant, was ich hier mache Ich fahre einfach ins Nirgendwo ohne Karte Ja, ist schlecht Das klappt nicht Ich fahre jetzt zurück nach Gorka und dann fährst du wieder Weil du die Karte hast Gut Wenn ich denn irgendwann mal ankomme Wenn ich auch irgendwann mal ankomme Ja, liebe Freunde Und sonst so bei euch Wie ist das Wetter? Was macht ihr so? Was macht die Schuhe? Dann machen wir so Wenn du angekommen bist Dann unterbrechen wir halt Bis ich bei dir bin Okay Das können wir machen Bin ich bei Starry? Was? Ich hab gerade diesen riesigen Ballon gesehen Und ne So ne Lagerhalle Weißt du? Ja Die rote Ich glaube ja Bin mir aber nicht sicher Es kann sein, dass ich bei Starry bin Das wäre ein bisschen komisch, oder? Das wäre schlecht Das wäre ein bisschen komisch Wäre ich doch etwas irritiert Oder ich hab gerade wirklich Skiaugen Und hab das Ja, ich hoff's Ich hoff's Hoffe ich auch Lieber Skiaugen, als bei Starry zu sein Glaube ich gesünder So und jetzt fahr mal schneller Du scheiß Traktor Ich bin auf dem Feldweg Du, du ist der Farmer Vor allen Dingen Ich fahr hier ganz langsam Durch den Wald Wenn mich einer sieht Er könnte mich so wegfläzen Ich fahr auch nur 40 Sachen Ich fahr wirklich Ich fahr den Berg hoch Ich fahr glaube ich Wo ist das nochmal? Achso da 15 Weißt du jetzt schon wieder Wo du bist wenigstens? Nee Ich fahr den Weg In die gleiche Richtung Oh, Wildsau Nee, ich lass dich am Leben Das bringt mir gutes Karma Ich hab jetzt bewusst Ein Wildschwein Nicht sehr erfahren Oh ja, Karma Immer gut Karma macht Mensch, gesund Und so Junge Ja Junge Was? Ich steig mal grad um Ja Was hast du gefunden? Yeah, Baby Was ist los? Ich hol dich mit dem Hubschruder Cannot fire What the fuck? Und zwar mit dem fetten Russen-Heli What the fuck? Dammt ihr da einfach so, oder was? Ja Auf dem Feld Alter, du bist ja so ein Lacker Vollgetankt, alles grün Du bist so ein sauriesiger Lacker Tu, du bist der Beste Siehste, ich sag das Das ist Karma, Alter Ich hab die Wildsau leben lassen Und schon find ich ein Heli Das ist Karma Das ist der Beweis Meine Religion ist richtig Karma ist gut Bin ich jetzt tatsächlich ein Gorker? Alter, wie geil Müsste ja eigentlich Gorker sein Malte mal Gorker als Ziel bei, ja? Ja, ja Und wir dachten, wir müssen die auch noch mal unterbrechen Falsch gedacht Tu, du ist ein Lacker Ach, wie schön das von oben aussieht So idyllisch, ne? Wahrscheinlich Ja Und unten geht der Teufel los Ab Oh, ich hör den Heli Ein Kilometer noch Also ich bin über Gorker jetzt Gorker 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 Äh, ja Sicher? Ja Ich bin beim Eingang von Gorker gleich Ich seh dich Da unten fährst du Ja Fahr mal ein Stück weiter Außerhalb der Stadt Damit ich in Ruhe umsteigen kann Wer sagt, dass ich dich einsteigen lass Hier mit dem Feld am besten Ey, weißt du, das ist geiler Wenn wir da das Fahrzeug reinpacken könnten Nein Wozu? Der Heli hat MGs Das heißt, nein Nein, das wird nicht funzen Und nein, ich will das auch nicht Könntest du ein Stück weiter nach vorne? Ja, ich weiß gerade gar nicht, wo du bist Richtig mal hupen Du hast mich doch gesehen Ja, aber ich hab dir aus den Augen verloren Weil die Kamera mich verarscht hat Ein ganzes Stück geradeaus So Ja, jetzt kannst du runter Ach, da vorne Alter, wie geil Ich hab sogar diese Leuchtraketen Lass ich jetzt echt meine Karre hier stehen? Ja, was willst du damit? Wir haben ein Heli mit MG Dann mach ich den Reifen kaputt Aber beeil dich Nicht, dass uns jemand gesehen hat Doch, ein Reifen Das müsste ein angemessener Arbeitsaufwand sein Für so ein tolles Auto Oder? Ja Das ist noch fair Oh, stopp Jo Bin einfach mal hochgesprungen Ist kein Problem für mich Bin da ein Profi Airfield? Oh, warte mal Jetzt machen wir erstmal hier im Nordosten dieses Airfield Und weiß nicht, ob ich es doch drüber lustig gemacht habe Jetzt fliegen wir erstmal hier in dieses Nordost Airfield nochmal Oder bei Starry Unseren Kollegen da abholen Der uns da anschießen wollte Yeah So Yeah Ja Oh, rotes Server Oh oh Du auch? Ja Wenn wir jetzt gekickt werden Dann wechseln wir den Server Ey, das könnte echt ungesund sein, ne? Hm Vor allen Dingen in unserer Situation hier Da ist eine Stadt Du hast übrigens, solange du im Heli bist, hast du eine Map, ne? Echt? Ja What the fuck Wusste ich gar nicht Halt mal die Augen offen Vielleicht finden wir noch einen zweiten Kannst du auch fliegen Also Ja Ich meine Sichtfeld ist halt relativ eingeschränkt Weil ich Ego-Perspektive habe hier Wir werden beschossen Da unten, Alter Was ist das? Ein Panzer? Ja Alter Fick dich Die haben einen Panzer Bist du sicher, dass das ein Panzer war? Das sah für mich aus wie ein weißer Klumpen einfach nur Ich glaube, ja So, hier ist das Airfield Ja, auf jeden Fall zurückgeschossen Da ist ein Crash-Site oder ein Abgestürzter Ja Ich meine, wenn man Eier hätte oder Dumm wäre, könnte man tiefer fliegen Nein Ich habe nur noch 65 Schuss, ne? Da ist nur ein Magazin drin Ich bin gerade eingeschüchtert, weil wir von einem Panzer angegriffen wurden Ja, zu Recht, eigentlich Wollen wir in den Süden? Spawnen, Region oder was? Ja, ich habe vorhin gesehen, dass irgendwie einer bei Czerno ist Einer auf dem Czerno-Gebäude Na dann, elf Kilometer Hospital, glaube ich Wo schießt du raus? Nach vorne oder hinten oder? Ähm, Seite, glaube ich Links, rechts? Warte Scheiße, wir müssen genau wieder über den Panzer hinwegfliegen Hinten, rechts Schieße ich raus Also aus deinem hinteren Arsch Ja Rechts Zum Glück habe ich ja auch noch einen vorderen Arsch, ne? Du fliegst, ja, natürlich Du hast ein bisschen Arsch mit Ohren Also, ähm Du fliegst so hoch, dass alles schon weiß wird Ja, bewusst, weil wir über den Panzer wieder hinwegfliegen Ich sage doch, gute Idee Was ist das da unten für ein Lager? Oh, unter uns Genau unter uns Noll Keine Ahnung, müsste man eigentlich vorbeigehen, ne? Ja Eigentlich Wollen wir das machen? Wie gesagt, hier ist ein Panzer in der Nähe Ja Ich nicht Du kannst gerne abspringen Who was at the North East with Humbi? Ah, North East Da haben wir Da waren wir gerade Achso Da war es kein Panzer, sondern Humbi Aber mit Geschütz Achso So, ich flieg mal ein bisschen tiefer Hm Tankstelle, aber braucht man nicht Wir sind voll Irgendwie fühlt sich das richtig cool an Hier so hinten in der Ego-Best-Vertil drin zu sitzen Das fühlt sich ziemlich echt an Finde ich Ja, vorne drin sitzen Das ist auch cool mit den Ventilatoren hier Brrrr Ah Fischloof Die Leuchtraketen sind ähnlich cool Ist das davon Oder endlich Schluss? Ne, 88 noch Ah Aber das sind so Abwehrflares Für Wärmeraketen Oder irgendwie so Zielsuchraketen Gibt's das hier in Armour? In Armour, ja Aber in DayZ hoffentlich nicht Bist du sicher, dass es in Armour gibt? Ja Ja Schon probiert? Ja Hm Da war es auf jeden Fall Da ist ein Gemäuer da hinten Kaputt ist Eine Ruine Ja, wir sind gleich in Tschernow Drei Kilometer Und wir fliegen 300 fucking kmh schnell Krass Like a boss Denk nur dran Hinten rechts, ne? Ich weiß nicht Aber ich glaube, ich kann auch die Position ändern Wenn ich das richtig sehe Vielleicht könnte ich dann auch auf die andere Seite Und da die Munition verballern Achtung, vor uns kommt jetzt Tschernow Ja, vor uns kann ich nicht wirklich Aglieren, mein Freund Ich wollte zu null gesagt haben Wenn man jetzt ein bisschen tiefer fliegen würde Oder wenn man wüsste, wo einer ist Nichts schießt auf uns Da, ich habe schon gesehen Auf dem Gebäude mit den zwei riesen Silos Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal